Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3 Reforged. Diesmal wieder mit der Klassik-Grafik. Ihr habt mich in den Kommentaren oft gefragt, warum mal Klassik und mal Reforged. Es kommt immer darauf an, an welchem PC ich spiele. Dies hier ist mein alter PC, an dem ich aber mehr arbeite und wesentlich mehr sitze. Und ja, der packt die Reforged-Grafik nur mit Lags. Und ich möchte natürlich nach Möglichkeit lagfrei spielen. In diesem Spiel auch einen wunderbaren Ping. Und ja. So, ich habe mich wieder einmal für Human entschieden. Und jetzt wollen wir mal schauen, was so geht. Heute ein bisschen ausgeruhter. Das heißt also, Micro sollte auch wesentlich besser sein. Das kommt bei mir wirklich immer ganz stark auf die Tagesform an. Okay. Und jetzt wollen wir mal. Ganz normale Standard-BO. Alter, Kaserne, zwei Höfe. Und da ich nicht gesehen habe, was der Gegner für eine Rage spielt, weil dieser Ladebildschirm so ultra schnell ging. Eben hatte ich zwei Gegner, die mussten rausgehen. Einer high ping. Ja, einer hat keinen Bock gegen mich zu spielen. Äh. Gut. Jetzt hoffen wir mal, dass die Runde hier besser wird. Beziehungsweise, dass die überhaupt spielbar wird. Bis jetzt sieht es aber gut aus. Da ich es wirklich nicht gesehen habe, baue ich mir meinen Tower. Das ist mehr Gold erforderlich. Einsatz bereit. Mehr Arbeit. Bereit zur Arbeit. Ich geh dann mal. Und bauen wir auch noch ein bisschen zu. Ja, mein Leben, Shell. Natürlich. Mal erstmal hier oben ganz sicher. Aber ist von 8. Creepspot. Hierfür unterbrechtet ihr mich? Ihr braucht meine Hilfe? Da bin ich ja mal gespannt. So. Der Dispelt natürlich sofort mein Wortelement. Deswegen habe ich mir noch ein bisschen Militär einzugezogen. Oh, du bist so. Nun mach schon. Perfekt. Was auch immer. Ja, mein Lord. Was ist das diesmal? So. Machen wir hier unten nochmal einen kleineren Creepspot. Power ist da. Müssen wir jetzt natürlich auch noch ausbauen. Ja, mein Lord. Na gut. Nun macht schon. Ihr braucht meine Hilfe, oder? Und go. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt warten wir auf genug Gold, damit ich an den Tag gehen kann. Der trinkt hier viel zu viel. Was ist das diesmal? Ihr braucht meine Hilfe. Beziehungsweise, dass ich der Gegner noch überhaupt nicht blicken lassen habe. Oh, ist anders. Ich ziehe doch eine Fast-Excel. Mehr Arbeit ist verbraucht. Na gut. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Ausbau abgeschlossen. Nun macht schon. Was ist das diesmal? Mehr Arbeit? Was ist? Ich gehe dann mal an der Rechte. Und. Gib ihm. Was? Da bin ich ja mal gespannt. Ja, mein Lord. Ihr braucht seine Hilfe. In Ordnung. Oh, in der Schutz ist plus vier. Perfekt. Was ist? Äh. Richtig. So. Was ist? Ich gehe dann mal. Richtig. Was? Na gut. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Mehr Arbeit? Was ist? Ich gehe dann mal. Ja, mein Lord. Okay. Säge weg. Ist ready. Was ist es diesmal? Arbeit ist vollbracht. Und weiter geht's. Jetzt gehen wir runter gucken, was der Gegner treibt. Es ist mehr Gold erforderlich. Bereit zur Arbeit. Richtig. Da bin ich ja mal gespannt. Es ist mehr Gold erforderlich. Ihr braucht meine Hilfe. Den hat er gemacht. Gehe nochmal auf seine Base zu. Bereit zur Arbeit ist das diesmal. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Stunk machen können. Ebenfalls ein Human. Ausbau abgeschlossen. In den Kampf. Ich kann es kaum erwarten. Ja, mein Lord. Unsere Streifelhälfte werden angegriffen. Gehe ich voll in seine P-Online. Nein. Er hat auch ein Blitzschild. Ja, da muss ich gleich raus. Kriege ich denn einen noch? Komm. Ah. Leider nicht. So, jetzt unbedingt einen Tag. Er hat er einige Rifle-Man. Da bin ich ja mal gespannt. Ihr braucht meine Hilfe. Was ist das diesmal? In Ordnung. So, ich baue jetzt erstmal keine weiteren Einheiten. Hier in die Hauptbase baue ich nochmal einen Tower. Schicke ich meinen kleinen Spion runter. Bereit zur Arbeit. Abgeschlossen. Was auch immer. Nun macht schon. Sag das Zauberwort. Ihr braucht meine Hilfe. Arbeit ist voll braun. Ein bisschen nachher. Okay. Unsere Streifelhälfte werden angegriffen. Ich geh dann mal. Ihr braucht meine Hilfe. Was braucht ihr? Was ist es diesmal? Sag das Zauberwort. Nun macht schon. Arbeit ist voll braun. Was braucht ihr? Da bin ich ja mal gespannt. Scroll of the Beast. Befehle. Verstanden. Ihr braucht meine Hilfe. Der Heroes war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hat mich, denke ich, ganz gut an den Front gebracht. Ich habe das gar mal erwarten. Ja, mein Legschel. Zu den Waffen. Da bin ich ja mal gespannt. Für den Ruhe. Ausbau abgeschlossen. In Furi. Frustaris. Säder. Was auch immer. Sag das Zauberwort. Nun macht schon. Was ist es diesmal? Komm. Goblinschredder. Ihr braucht meine Hilfe. Wer hat auch schon eine Echse. Befehle. Was ist es diesmal? Ausbau ist ja mal gespannt. Und ich gehe weiter auf Tier 3. So, jetzt soll wir erstmal alles zurückziehen. Perfekt. Perfekt. Erweiter der Hilsabbau. Was? Und ich gehe auf Musk Griffin. Ja, mein Gott. Richtig. Was ist? Na gut. Was ist es diesmal? Ich gehe auf Protektion. Dreimal. Da bin ich ja mal gespannt. Plus 11 Rüstung. Einen kleinen Spion lassen wir mal in seine Main rüberhoppeln. Na gut. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Richtig. Ausbau abgeschlossen. Ihr braucht meine Hilfe. So, und ich muss natürlich weiter kriegen gehen. Oder Krafthandschuhe bekommt der MK. Da bin ich ja mal gespannt. Was auch immer. Forschung abgeschlossen. Was ist? Ich gehe dann mal. Forschung abgeschlossen. Ihr braucht meine Hilfe? Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es nicht brauchen. Nun macht schon. Gebt ihr was zu tun? Ja, mein Leecher. Da bin ich ja mal gespannt. Arbeit ist schon. Nein. Bewegung. Was ist denn diesmal? Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Gebt ihr was zu tun? Da bin ich ja mal gespannt. Was braucht ihr? Was ist es diesmal? Hm? Knochenglocke der Geißel. Ich habe meine Hilfe. Mehr Arbeit? Na gut. Ja, mein Lord. Was? Arbeit ist verbracht. Nun macht schon. So, jetzt brauche ich aber erstmal einen einen Shop. Und die ersten Griffen werden gepumpt. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Was ist das diesmal? Nun macht schon. Geben wir mal dem MK. Okay. Ihr braucht meine Hilfe. In Ordnung. Da sind wir nicht heimlich in Aktion seht. Ach so. Äh. Rolle der Heilung. Ihm. Und den Unverwundbarkeitstrank auch. Ihr braucht meine Hilfe. Forschung abgeschlossen. So, was hat er hier unten? Was ist das diesmal? In Ordnung. Ich gehe nochmal einen Creepspot machen. Perfekt. Forschung abgeschlossen. Nun macht schon. Dann hoffen wir mal, dass er da nicht mit rechnet. Und dass er nicht... Ja, auf Tanks oder sowas. Durch einen ganz großen Zufall geht. Kann man den ersten griffen? Ich muss... Nun macht schon. Nein, tauschen. Was ist denn diesmal? Fansch oder hast. Da bin ich ja mal gespart. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Ihr braucht meine Hilfe. Gebt mir was zu tun. Da bin ich ja mal gespart. So. Ich habe ja leider keine Ahnung, wo er jetzt steckt. Nun macht schon. Aber ich gehe mal voll auf seine Base los. Ihr braucht meine Hilfe. Was ist das diesmal? Was auch immer. In den Kampf. Ei. Nun macht schon. Wieder voll auf die Arbeiter. In Ordnung. Da kommt er mit CP. Für den Räumen. Im Schreif für die Schläbe. Ihr braucht meine Hilfe. Wow. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Da bin ich ja mal gespannt. Ich kann es kaum erwarten. Was verlangt ihr von mir? Für die Ehre. Was ist das diesmal? Was auch immer. Verlasst euch auf mich. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, er hat natürlich eine gute Auswahl. Perfekt. Also, Team nicht verkehrt. Was auch immer. Aber wenig gegen Gryphon, wenn ich das richtig gesehen habe. In Ordnung. Nun macht schon. Jetzt gehen wir hier unten. Perfekt. Gucken, ob er den Creepspot gemacht hat. Das ist voll der Hammer. Der Nata. Und mit dem hier kriege ich, glaube ich, Probleme. Weil das nur Stein-Golems waren. Perfekt. Hat er schon gemacht. Loll. Okay. Ich kann es kaum erwarten. Ich gehe dann mal. Was ist es diesmal? Ihr braucht meine Hilfe. Naja. Muss ich zurück? Was auch immer. Ja, mein Lord. Hier, Fabian, macht schon. Aber ich habe ganz. Weiß nicht. Doch, ich denke, es sieht besser für mich aus. Level 5 für den AM. Gebt mir was zu tun. Gebt mir was zu tun. Erwebe auf aufhören und befinden. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, doch. Ich glaube, dass dieser Fight war eine klare Kiste. Ich kann hier nicht. Ja, mein Lord. Wichtig. Mehr Arbeit. Mehr Arbeit. Was? Was ist es diesmal? Ei. Nun macht schon. Und das sollte es mit dem Parler gewesen sein. Jawohl. Jetzt kann ich seine Echse plätten. Und ich denke, da kann er nicht mehr viel gegen machen. Nun macht schon. Was ist es diesmal? Lasst mich der Gefahr trotzen. Da bin ich ja mal gespannt. Hm? Was ist es diesmal? Ich höre im Befehl. Forschung abgeschlossen. Ja, mein Lord. Richtig. Ja, mein Lord. Da bin ich ja mal gespannt. Nun macht schon. Ich habe keine Angst. Ihr braucht meine Hilfe. So, sogar der erste Foodie lebt hier noch. Arbeit ist vollbracht. Was auch immer. Arbeit ist vollbracht. Was ist? Ich bin jetzt auf jeden Fall erst noch mal ein neues TP holen. Mehr Arbeit. Ich gehe dann mal. Na gut. Na gut. Mal eine schöne Tower wieder aufbauen. Ihr braucht meine Hilfe. In Ordnung. Bereit zur Arbeit. Da bin ich ja mal gespannt. Arbeit ist vollbracht. Was ist es diesmal? Okay. Jetzt gehen wir hier rüber. Da bin ich ja mal gespannt. Hat er gemacht. Okay, jetzt kann er eigentlich nur noch seine Hauptrace haben. Ihr braucht Arbeit ist vollbracht. In Fury. Frustale. Oh, da sammelt er noch mal ein bisschen. Was auch immer. Arbeit ist vollbracht. Ausbau abgeschlossen. Oh, sein Mountain King natürlich auch schon Level 5. Ja, aber auch der kann nichts mehr machen. Klar verliere ich auch noch ein paar Einheiten. So, jetzt den Fokus auf den Paladin. Boah, der bekommt nochmal Level ab. Level 5. Viele Gryphon verloren, ja. Aber der fällt jetzt. So, eigentlich nur noch meine drei Helden übrig. Na gut, da kommen die nächsten drei. Und, schönen Sieg eingefahren. Ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram. Ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Vielen Dank.